Das Phönix nachgefragt. In Berlin bin ich verbunden mit Henrike Rosbach von der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Sie bearbeitet dort die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Rente. Frau Rosbach, wir grüßen Sie in die Hauptstadt. Auch wenn ich sozusagen Ihr Portfolio jetzt angesprochen habe, einen Punkt können wir nicht außer Acht lassen. Nach der Thüringen-Wahl wird in der Union die Führungsfrage, explizit in der CDU die Führungsfrage gestellt. Welche Chance haben all diese Heckenschützen, die wir jetzt hier erleben? Ja, hallo. Es ist so, in der CDU melden sich ja vor allem diejenigen zu Wort, die noch eine Rechnung offen haben, vor allem mit der Bundeskanzlerin. Das ist jetzt ganz neu auch noch Roland Koch, der ehemalige hessische Ministerpräsident. Das ist Friedrich Merz, der im vergangenen Jahr Annegret Karrenbauer unterlegen war bei der Wahl des Parteivorsitzenden. Und es ist schon erstaunlich, dass dieser Herr Merz vor einem Jahr noch gesagt hat, es sei überhaupt kein Problem für ihn, Parteivorsitzender zu werden und gut mit der Kanzlerin zusammenzuarbeiten. Und der gleiche Herr Merz übt jetzt sehr scharfe Kritik an der Art, wie Angela Merkel die Regierung führt. Und es ist die Frage, was daraus wird. Wird daraus ein offener Putsch beim CDU-Parteitag? Wird daraus weiter einfach nur Trommelfeuer von der Seitenlinie? Die CDU ist auf jeden Fall in einer sehr schwierigen und für sie auch ungewohnten Situation. Denn solche Personaldiskussionen kennt man eigentlich eher aus der SPD. Aber inzwischen ist die CDU da auf einem ähnlichen Pfad unterwegs. Ja, deswegen titelt heute eine bundesweite Tageszeitung weit im linken Spektrum, dass das jetzt die Sozialdemokratisierung der CDU sei. Und spielt ein bisschen damit an auf die Beschädigung der Vorsitzenden. Aber ganz kurz noch zu Frau Merkel. Warum springen ihr so wenige bei in der Beobachtung? Ich glaube schon, dass es in der CDU eine gewisse Müdigkeit gibt, auch über die Politik der vergangenen Jahre. Und natürlich auch viel Frustration über die schlechten Wahlergebnisse. In der CDU selber hat, glaube ich, ein großer Teil der Anhänger immer noch das Gefühl, dass Angela Merkel die Partei verrückt hat, verrutscht hat, ein bisschen weniger scharf abgrenzt heute zu zum Beispiel den Sozialdemokraten. Es wurden Themen aufgegeben, die früher CDU pur waren, Wehrpflicht etc. Und das ist alles nicht spurlos vorbeigegangen. Und solange die Wahlergebnisse stimmten, waren viele bereit, darüber hinwegzusehen oder diesen Weg mitzugehen. Jetzt stimmen die Wahlergebnisse auch nicht mehr. Und man blickt ratlos auf ein neues Parteiensystem. Und in einer solchen Situation schaut dann eben die Partei auch nach ganz oben. Und fragt, was kommt von da oben? Kommt da eine Lösung? Kommt da eine Vision? Kommt da der richtige Weg? Und die Kanzlerin und Annegret Kamp-Harenbauer werden da als in der Pflicht wahrgenommen. Okay, gut. Wenn man in solchen Zeiten dann Sachfragen anpacken kann. Stichwort Digitalisierung. Wirtschaft ist eines ihrer Kernthemen. Wir haben jetzt Digitalgipfel in Dortmund gehabt mit sozusagen dem Wunsch, sich im Bereich Daten neu aufzustellen und vor allen Dingen ein bisschen Form mitzustellen. Wie gut kann das gelingen? Wir sind ja auf jeden Fall wieder mal nicht die Ersten in der Reihe. Ja, also das kann man wirklich nicht behaupten, dass Deutschland bei der Digitalisierung oder beim Thema Datensouveränität ganz weit vorne wäre. Die Idee ist, ein europäisches Cloud-System zu entwickeln, das vielleicht Ende nächsten Jahres in einen Testbetrieb gehen kann, damit hier Unternehmen, aber auch Institutionen nicht mehr abhängig sind von den großen Cloud-Anbietern aus den USA, die zum Beispiel von Microsoft oder Google geführt werden. Und das sind aber bislang erst mal nur Visionen und es gibt den politischen Willen, da voranzukommen. Aber sehr viel mehr als die Idee ist im Moment eben noch nicht da. Und das ist ja nicht die einzige Baustelle in der Digitalisierung, die derzeit noch offen ist und dringend eigentlich bearbeitet werden müsste von der Regierung. Also da müssen wir sowohl Geld als auch Schnelligkeit ein bisschen in die Hand nehmen. Schauen wir noch auf ein anderes Ihrer Ressortthemen. Sie schauen auch auf die Rente. Es gibt eine Geschichte, die Sie sozusagen im Hintergrund, das geht immer mal ein bisschen in Wellen, immer wieder mitkocht. Das ist die Frage der Grundrente. Koalitionsvertrag vereinbart. Wie weit ist man da hinter der Kulisse? Die Grundrente, die ist inzwischen für den Sozialminister so eine Art unsichtbarer Freund geworden, der ihn überall hin begleitet, gefragt oder nicht gefragt. Seit Monaten wird darüber diskutiert zwischen den Parteien und Fraktionen, wie diese Grundrente, die eigentlich beide wollen, umgesetzt werden soll. Letztlich ist man immer noch bei der Frage, soll jeder, der eben 35 Jahre lang gearbeitet hat, diese Grundrente bekommen, egal wie es ihm im Moment einkommenstechnisch geht. Oder soll es eine Grenze geben? Es wird vermutlich eine Einkommensprüfung geben, aber auch da ist nach wie vor zu klären, welches Einkommen ist die Obergrenze, um die Grundrente noch zu bekommen. Wie wird das erfasst? Und da sind die Gespräche immer noch nicht wirklich auf der Zielgeraden. Okay, dann leisten wir uns noch einen ganz knappen Schlusspunkt. Von Steuerschätzung war schon die Rede. Wir werden das heute auch live zeigen. 2018 hat Olaf Scholz formuliert, die fetten Jahre seien vorbei. Wie kann er sich derartig geirrt haben, weil es kommen doch mehr Einnahmen? Also so ganz geirrt hat er sich nicht. Es kommen jetzt noch mal mehr Einnahmen. Das liegt zum Teil daran, dass Mittel nicht abgeflossen sind. Es liegt daran, dass der Schuldendienst geringer ausgefallen ist als erwartet. Aber klar ist, die Konjunktur geht nach unten und die Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren auf jeden Fall nicht mehr so sprudeln wie bisher. Schon im nächsten Jahr könnte Geld fehlen. Henrike Rosbach, Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen und Einschätzung. Hier in phoenix nachgefragt. Danke. Sehr gerne.